Boah, Schule ist so langweilig. Aber hast du Lust, was dagegen zu tun? Dann bleib dran, denn wir zeigen dir ein paar geniale Hacks. Damit kommst du garantiert in die Geschichtsbücher deiner Schule. Also, lehn dich zurück und fahre diese lustigen und nützlichen Schulhacks rein. Endlich ist der Spickzettel fertig. Meint ihr, der Lehrer bekommt davon Wind? Naja, vielleicht müsste ich das ein bisschen kleiner machen. Okay, also das ist der beste Spickzettel ever. Hey, auch Mensch, sogar der ist zu groß für die Tasche. Wie sollen diese öden langen Gleichungen auch auf einen Spickzettel passen? Komm schon, das muss doch irgendwie gehen. Ich kann mir die Gleichungen einfach nicht merken. Na, machst du dir Stress wegen der Klausur, Magen, Jennifer? Hier, haha, sehr lustig. Wow. Och, du Armer. Moment mal, ich hab die Idee. Willst du den perfekten Spickzettel? Schreib deine Gleichung auf einen aufgeblasenen Ballon. Wenn die Luft komplett raus ist, mach Klebestreifen über die nasse Tinte, um sie zu übertragen. Und jetzt klebst du das Ganze auf deinen Fingernagel. Guck doch mal, wie klein das ist. Jetzt kommt dir garantiert niemand mehr auf die Schliche. Oh, ich werde den Test sowas von rocken. Haha. Oder eher nageln. Ups, aufpassen. Oh Mann, meine Mutter wird mich töten. Ich kann nicht glauben, dass ich's verkackt habe. Junge Frau, in dieses Haus kommen ja keine schlechten Noten. Ich bin sowas von enttäuscht. Buh. Oh, ich hab schon Bauchweh. Hey, Jen, was ist denn passiert? Äh, du weißt aber schon, dass man eine Sechs ganz leicht ummalen kann, oder? Komm schon, ich zeig's dir. Hier, da ein paar Linien und dort ein paar Linien. Und jetzt hast du eine Eins. Oh, du bist genial, Kate. Hier, nimm meinen Schokoriegel als Dankeschön. Oh, danke, Süße. Ah, ja, der süße Geschmack des Sieges. Wisst ihr, was auch süß ist? Mit ein bisschen Kreativität könnt ihr jede Note umändern. Warum ein D, wenn du auch ein A haben kannst? Ja, sieht schon besser aus. Damit könntest du ein ganzes Business eröffnen, Kate. Ja, sie nennen mich die Notenbiegerin. Wenn es ums Lernen geht, geht es darum, schön organisiert zu arbeiten. Und sich mit Textmarkern an die Arbeit zu machen, ist eine super Lösung. Ach, dieser Test wird ein Kinderspiel. Hey, ohne Wasser funktionieren meine Gehirnzellen nicht. Zeit nachzufüllen. Au. Naja, wie schon gesagt. Mhm. Ja. Ja, ja, ich bin voll bei dir. Jennifer. Echt jetzt? Meine ganze Arbeit. Das ist doch kein Spielzeug, Jennifer. Wie soll ich denn jetzt lernen? Ach, komm mal runter, Kate. Zitronen haben noch mehr drauf, als nur in deinem Wasser zu schwimmen. Wow, wie geht das denn? Oh, das ist ja voll die magische Frucht. Ja, wenn du dich das nächste Mal vermalst oder einfach nur unversichtlich warst, kann dir eine Zitrone den Tag retten. Ziemlich cool, oder? Aber fürs Wasser nimmst du besser eine neue Zitrone. Oh, ich hoffe, das passt alles in meine Tasche. Oh je, schon wieder zu spät? Mensch, warum passiert mir das immer wieder? Komm schon, rein damit. Bitte. Schnell. Oh je, ich wusste gar nicht, dass ich so stark bin. Na, das war's dann wohl. Aber vielleicht denke ich nicht über den Tellerrand hinaus. Hm, ich weiß, was ich zu tun habe. Willst du alles aus deinem Pulli herausholen? Pack deine Sachen in die Mitte. Ungefähr so. Und jetzt eng zusammenrollen mit der Kapuze zusammen. Zieh die Schnüre fest zusammen und mach einen Knoten rein. Mach aus den Armen einen großen Träger. Am besten mit zwei Knoten. Hey, wie cool ist denn Kates neue Tasche? Ja, die hat sogar eine Handytasche. Cool. Jennifer, ist das blaue Shirt-Schicker oder das rote? Hm, ich bin fürs Rote. Übrigens ist dein Schuh auf. Ach, Mensch. Die gehen immer auf. So, alles behoben. Äh, Kate? Deine Schnürsenkel? Hä? Willst du mich veralbern? Das reicht. Ich hol mir Schuhe mit Klettverschluss. Egal wie ich die bin, sie gehen immer wieder auf. Vielleicht könnte ich ja einen neuen Knoten lernen. Wow, guck mal wie professionell. Wenn du den ersten Knoten gebunden hast, dann stecke die beiden Schnüre durch das Loch. Jetzt überkreuz und fest mit den anderen Schnüren zusammenziehen. Fast wie doppelte Hasenohren. Die Schnürsenkel gehen nicht mehr so leicht auf. Ach, ich wusste, dass ich die Socken hier gelassen habe. Ja, schon besser. Ähm, wo ist denn die andere? Die kann doch nicht so weit weg sein, oder? Warum findet man die immer so schwer wieder? Irgendwo muss sie doch sein. Hä, drehe ich jetzt völlig am Rad? Hm? Och, echt jetzt? Naja, zumindest haben sie dieselbe Farbe. Aber die sind sich vielleicht viel ähnlicher, als ich dachte. Verwandle deine Tennissocke in nur in eine Knöchelsocke. Zieh sie runter und führ sie über deine Zehen. Jetzt noch hinten an der Ferse festmachen. Einmal umkrempeln und dann wieder über die Zehen. So, jetzt sieht sie genau aus wie die andere. Er braucht schon gleiche Socken, wenn man clever ist. Und niemand wird sehen, dass sie eigentlich gar kein Paar sind. Wow, der ist schon ein Snack, oder? Ach, dem könnte ich stundenlang beim Regen zuhören. Danke, dass du mich zum Spind gebracht hast. Ich brauche nur noch meine Bücher. Achtung, Lawine, Jennifer. Wow, was für ein Chaos. Warte, wo gehst du denn hin? Sehr. Sieht aus, als würden ordentliche Mädchen bevorzugt, Jen. Mensch, ich werde sein Lächeln echt vermissen. Och, ja, Zeit, endlich mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Noch eine Pommespackung übrig? Mach die mit einem Magneten an deinen Spind dran. So, dort passen jetzt Stifte und Marker rein. Alles an seinen Platz. Das sieht doch schon viel besser aus. Und, gefällt's dir? Ich bin einfach gerne ordentlich. Okay, ich hab wieder ne Chance. Na, denkst du, deinen Freunden könnten diese Schulex und Tricks gefallen? Dann teile dieses Video mit ihnen und vergiss auf keinen Fall, den 123-Go-School-Kanal zu abonnieren. Auf der Kanalseite gibt's noch mehr coole Tipps und Tricks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.